Guten Tag, 5.12 Uhr, die Nachrichten. Schwerin. Die gefährlichste Kreuzung der Stadt hat Schwerin auf dem großen Drehsch eingerichtet. Zwischen Burger King und Max Barr, Max Barr, Friede seinen Schrauben. Die Kreuzung ist äußerst verkehrskünstig gelegen, leicht mit dem Auto zu erreichen. Polizei und Rettungsdienst sind auch gleich um die Ecke. Das spart Zeit und Sprit. Schwerin. Der Sprecher von 5.12 Uhr, ähm, also ich, war beim Hardings Bombs. Meine Frisur wurde der Seriosität dieser Nachrichtensendung angepasst. Lustig. Passend zum Thema der Lieblingswitz von Frau Müller aus Schwerin. Reitet ein Indianer zum Friseur. Als er herauskommt, ist sein Pony weg. Nun ja. Das war's für heute auf Sederwen. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann lesen Sie doch selbst.